Hallo und herzlich Willkommen zu der dritten Folge von Call of URS Ganslinger. Also ich mache gerade eine kleine Session und nehme mehrere Folgen hintereinander auf, deswegen geht es auch gleich hier in Artlos weiter. Die werde ich alle ein paar Tage lang versetzt hochladen. Ja, ich kann auch einfach nicht jeden Tag was aufnehmen, weil ich mit der Schule nach selber eingespannt bin und das geht einfach nicht. Deswegen, wenn ich Zeit habe, nehme ich gleich mehrere Folgen auf und lade die dann immer vereinzelt hoch. Ja, und dann fangen wir einfach mal mit der nächsten Episode an. So, where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Ruralis. The Mexican Ruralis? I was hired to help them track down the Cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Lead by old man Clay himself. They must have paid you a pretty penny, to take them on Brace on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Und was diese eigenen Gründe sind, ja, das werden wir im Laufe der Geschichte noch erfahren. Ich werde es garantiert nicht erzählen. Ja, das Laden dauert ab und zu mal hier etwas länger. Das ist von Episodes, Episodes sehr unterschiedlich. Ja, aber ich finde, das ist wert. Also, ich mag das Spiel hier tatsächlich. Ich meine, das kann es echt nicht mit einem Mass-Effekt oder so vergleichen. Das ist auch ein komplett anderes Feeling und hat auch eine komplett andere Zielgruppe. Ja, ich versuche jetzt immer auf, ja, ich versuche jetzt immer, nicht mehr zu reden, sobald die Leute hier irgendwas sagen. Das wundert euch nicht. Ja, wie gesagt, also, das kann ich mal ansatzweise mit einem Mass-Effekt oder sowas mithalten. Das ist natürlich auch für eine komplett andere Zielgruppe und soll auch gar nicht wie Mass-Effekt sein. Ähm... Oh, ich finde es einfach auch richtig cool, das Spiel. So lustig ist, wenn man die Kaktusier kaputt macht. Die Kakteen, nicht Kaktusier. Im Deutschen ist es halt auch wieder richtig gut. Du kommst immer auch EXP. Sehr lustig. Ja, wir haben das Haus schon ein kleines Geballer. Oh ja. Oh nee. Ich habe es. Das ist die absolute Hass-Mission. Absolute Hass-Mission. Ich habe sie echt wie die Pest. So. Keiner. Ja. Und das waren auch noch nicht alle. Oh nee. Müll. Jetzt. Ah, Mist. Aber still pretty green. Alle langsamen abkommt. Immer mehr ist es einfach nur nervig. Ja, wenn ich hier, äh, sobald ich die rechte Maustaste rüberfahre, dann sind die Zeit etwas. Das ist eigentlich richtig cool. Das ist eigentlich nur mal ein bisschen Zeit durchhalten, es geht doch nicht darum, alle zu töten. Das könnte man sich auch einfach hier eine genosse Zeit verstecken. Ja, aber das funktioniert nicht, weil sie irgendwann auch von der anderen Seite kommt. Oh, ging mir in die Munition aus. Ja. Obwohl. Ich wusste sofort, dass ein tactical Retreat wurde, als meine vengevolle Führung war viel weniger impressiver, ohne die Bullets, um es zu machen. Ja. Wir nehmen noch ein paar Pöten, bis es in die Munition ausgeht. Und dann. Ha. Geht's gleich weiter. Ja, sie brennt sich nicht in die Enge. Ja, das war vorher noch geschlossen, das kann man in diesem Spiel, das auf mysteriöse Art und Weise auf einmal Felsen auseinanderrollen und nur solche Sachen. Aber lustig. Geht's? Puh, einfach rennen. Wollowern an Hacker und laufen. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, vorher, vorher, aufgerufen. Puh. Puh, lauf. Puh. Lauf. mehr er ist hier doch da lang er hat ein kämpft nur große karten auf mit so Na ha, fix das. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh ja! Ich finde die Verletzungen der, was sich als ein Apache-kräftiger. Die alten Sputaten von mir mit ein paar vielmeidige Ammune. das war das da von jedem fein noch erwähnt TNT. Gewehrmunition, Gewehrmunition. Time to turn the tables. No. Time for the hunter to become the hunter. Alright, jeez. Genau. Schön stehen bleiben. Dank. I was done running. And the old man boys were not expecting that. No sir. TNT. Juhu. 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 It was finally time for that old man to pay for his sins. Oh Gott. Nein. Um ja wieder dieses Mauers. Hofesson alten Knackerault der und sitzt verdammt viele Probleme machen. Das kann ich euch mal gleich so Verraten. jetzt wieder 50 mal sterben einfach nur durchrennen in der europäische im kürzemberg blau 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 ich noch mal auf dem herr um hat er mit also überhitzen kann es nicht sein weil später ein spiel mit schenken dass die europäische kam einfach immer schön durchballer passiert eigentlich überhaupt nichts unter gehört an dieser Stelle bin jetzt gleich 3 4 5 6 7 8 mal gestorben ich kann gar nicht mehr zählen wie auf der Falle ich hätte auch gleich mal treffen wollte wohl nicht auch nee hau ab er ist TNT jetzt auch einfach den Luft verschießen können was auch durchaus möglich ja schon wieder mal schauen ob das reicht da hinterwerfen muss da hinterher Mist ja von Müll ihr merkt ich bin totale Flasche in dem Spiel aber eigentlich totale Flasche oh Gott oh Gott oh Gott oh man hat mich auf der Seite gespawnt der hat mich nicht kommen sehen ich hab zwei oh gut oh ja oh ja die erler und er 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 und er hat mir wieder meine Missionen abgeschlossen Nackes 1 von 3 stimmt ich wollte in diesem Durchlauf eigentlich mehr danach suchen so naja fuck geigt naja dann beende ich diese Folge mal wieder die wird diesmal leider etwas kürzer aber wenn ich zwei Folgen ach zwei Missionen aneinanderreihe ich glaub das wird ein bisschen zu lang mein Internet ist auch nicht das Beste sonst sitze ich wieder wie beim letzten Warframe Video 4,5,6 Stunden da ja naja dann beenden wir diese Folge jetzt trotzdem und dann tschüss bis zum nächsten Mal das Adventures us ein dann hier das ein hier Vielen Dank.